Und es geht weiter. Overgrown Coop von Knackantrell. Ja, die Aufnahme läuft schon wieder, ne? Da sind wir schon wieder. Ich habe mein Online-Tutorial schon bereit gemacht. Das stellt tatsächlich eins bereit. Da gibt es einen Link. Okay, aber wir müssen es erst mal so probieren. Unbedingt. Aber ich bin auch so ein bisschen demotiviert, dass es gar nicht so gut geklappt hat. Das gefällt mir. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt dieser Arme zwingen uns, Ihnen eine sichere Testumgebung zuzuweisen, da der nächste Test womöglich tödlich ist. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu ihrem Erfolg auf freiner Stikulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Um die Bestimmungen dieser inzwischen nicht mehr vorhandenen Behörden einzuhalten, spielen wir nun noch mehr Check. Was? Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Ich kann übrigens nicht pingen. Ich auch nicht. Aha. 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 Moment. Man bräuchte ein, 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 was? Was ist das denn schönes? Ach, das ist doch solche, solche Sprungfarbe. Okay. Nein, nicht diese Suppe hier. Ähm, die bräuchte man woanders, die Suppe. Ähm. Okay. Man kommt damit nicht hoch genug, ähm, okay, interessant. 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 Nein, nein, das bringt mir nicht. Halt. Was macht denn das? Ah, okay. Ja. Diesen Würfel würde man gerne haben wollen hier. Den bräuchte man, ähm. Warte mal. Ah, ich weiß wie. Warte mal. Das ist gut, das... Oh, jetzt geht's ab. Hui! Ups, Schesse. Gib mir den Würfel! Ja! So, was bringt das? Also, das ist der erste, wie das... Guck mal, ich hab'n Würfel hier. Willst du den da unten mal drauflegen, auf diesen Würfelkasten? So, da geht nämlich das Ding dort an. Und dann kann man mal hier eine schöne... Wo können wir denn mal hingehen? Ah, ne, da kann man ein Portal hinsetzen. Öh! Da hin zum Beispiel gehen. Nein! Du... Ach! Das ist doch... Hast du das weggemacht? Nein. Machst du mir nochmal auf? Ach, die Portale gehen weg, wenn man da durchläuft. Fuck! Da musst du hingehen. Warte mal, ich muss das mal... Ich muss das mal auf den Knopf da hoch, oder? Ach, dahin muss ich. Naja, das reicht doch nicht, oder? Ah! So. Ja, jetzt. Tja, ich weiß wohin. Da hinten ist der Laser. Was? Was? Ja, ich kann nicht pingen, das nervt mich total. Wo ist der Laser? Wenn wir hier nämlich nicht pingen können, da hinten links, wo das Wasser rausploppt. Ja. Hm. Kann schon wieder runterkommen, oder? Na? Nein. Ne, ne. Ne, 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 ne. Dreh ich mal! Ne! Ja, ne. Ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, ne. 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 ja schade blau so bereich nicht so nur willst du den hin zum laser zu kommen er muss in der laser ich muss mal gucken gerade vor mir jetzt kann man moment und durch aufbauen bringt das was ach so was bringt denn das wasser eigentlich das weiß ich auch noch nicht nichts also warte mal ach was anderes machen schnell aber kommt in diese behälte und kommen die bälle nicht ran man soll aus dem total ach das ist blöd ja klar ja wie soll man denn an das ran ach so warte mal du musst mir gleich noch mal ein neues spawnen also ich muss mir noch mal ein neues spawn stimmt gar nicht ach du vogel zu früh ich habe es geschafft machen wir mal den laser an und bitte unter mir ist der knopf ok moment da komme ich hin bitte schön stehen bleiben bitte schön stehen bleiben unterfall ding holen ja wie kommen wir daran das ist mein punkt mit jumping ich kann dir zeigen mach mal kurz wir müssen dass das blaue blubber zeug hier unten hinbekommen so das heißt einer muss hoch auf das auf die plattform da hoch war das mache ich mal schnell und das portal dort oben frei machen ne warte mach du kannst da hin so dann de-spawnst du doch den würfel oder nicht warte mal ne das ist egal komm ich da ran scheiße komm ich da ran glaube ich warte mal oh da kommen wir nicht ran das ist natürlich jetzt gelassen guck mal so jetzt ist das frei jetzt doch ich habe es schon ja warte oh hoppla Entschuldigung ja toll das ist ein bisschen weit weg ne aber vielleicht reicht es es reicht nicht was ist eigentlich von der Maschinerie dort was ist eigentlich das weiß ich nicht du meinst also du kannst von dort oben runter springen warte mal machen aber stell dich nicht mal drauf bitte stell dich nicht mal drauf bitte ach so warte 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 ach alter scheiße das hab ich vergessen das war ich war ich war kurz vor der Kante so jetzt bin ich hier oben ach so ja gut so geht es natürlich auch nie jemand zurück geht einfach zurück und springt von der aufer runter ja soweit habe ich natürlich gar nicht gedacht ich wollte jetzt über das schlecht ich bin zu weit gesprungen bitte haben sie einmal mit Geduld ihr frisch assemblierter Roboter ist schon auf dem Weg zu ihnen habt ihr euch nicht irgendwo verloren wo muss ich hin hier und möglichst nicht ins Wasser rein aber das Wasser unter dieser Dusche das geht weißt du das so das müsste es gewesen sein ja genau oh oh kurzes Level hat mir aber gefallen ja hat mir auch gefallen ja da kann man mal einen Daumen hoch dann lass ich die Aufnahme gleich laufen weil da ist es das kann man ja da machen wir zwei Maps hier ja das Ding ist dann muss ich mich mal ganz kurz von einer raus suchen ach so du hast gar keine es gibt mir eine Sekunde dann nehme ich einfach die Zweitbeste dieser Woche was ich habe ein Connection Problem Warning Connection Problem Auto Disconnect in 18 17 16 ja warte ich lade dich sofort wieder ein ok Verbindung unterbrochen ach so äh zack das das gelungen das kamo so auf einem nerven wird vor Ort bei immer von doch sie mit Euro das ist ein Bild da wirst ein Hinterkopf Ich liebe diese Geschwindigkeitszeug. Ach, und die Musik liebe ich auch. Was nennt das? Ach, das sind... Sind das Toroids? Juhu! Ne, sinds nicht. Was ist das denn schönes? Juhu! Oh, ja, okay. Das ist relativ eindeutig. Kann ich wie meine Teile da hinten verbrennen noch? Ah! Was ist das? Hä? Oh, das bringt hier ja nicht so viel. Nacht, was? Mond, was? Ah, es ist wunderschön. Ach, weil der nimmt sich an den Penis? Was? So, wo kommt die ganze Erdokulation jetzt hin? Da. Warte mal, was bringt mir das jetzt? Da kann ich da drüben reinspringen. Ja, lustig finde ich auch, dass es offenbar ein Maximum an vorhandener Flüssigkeit im Portal gibt. Nämlich die Dinger sind ja jetzt aus, ne? Ja, das ist auch genug gespielt. Ach so, genug gespielt. Was ist das denn? Was macht das Teil hier? Das ist schaffbar. Ja, nicht so dumm. Hä? Nein, ich hab das Falsche gesetzt. Was macht denn... Was macht denn das? Ah, lass mich stein. Dich will ich setzen. Ich sage... Oh. Geh an mich selber. Was ist eigentlich unser Ziel? Das ist... Weiß ich nicht. Ja, da kannst du mal reingehen. Oh. Kann man normalerweise nicht leicht schaden, bevor man stirbt? Ne, man stirbt instant. Natürlich ärgerlich. Okay, Moment. Hier sind viel zu viele... Oh! Ich hab vergessen, dass dein Portal da ist. Ich hab dir überhaupt voll mitgebracht. Warte mal. So. Und so. Das möchte ich mich jetzt den übelsten Jampoos trinken. Und... Ja, toll. Toll. Jetzt bin ich hier. Oh, was bringt das? Gar nichts. Ich würde da... Nein. Oh, das war schlecht, im Moment. Ach nee, ich will da nicht wieder reinfliegen. Ach. Da ist was. Da kommt man hin. So, du bist da. Du bist da. Scheiße, ich will nicht wieder in das Portal reinfallen. Das reicht nicht. Das ist... Das ist... Das ist... Oh. Jetzt haben wir uns in der Luft getroffen. Aber das ist tatsächlich Mittel der Wahl, sehe ich gerade. Noch einmal. Nein. Oh. Oh, ich hab auch verfehlt. Kannst du dein Portal nicht ein bisschen weiter dahin tun? Was? Ach so. Dein Portal dahin. Das bringt ja nichts. Ach so, ja doch. Klar, bringt was. Ich glaube, du bist viel näher dran. Ja, toll. Nein. Au. Da wird es wieder gegenseitig getroffen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Alter. Ich fliege immer wieder in mein eigenes Portal rein. Ist doch scheiße. Das ist schon wieder gegenseitig. So, jetzt bin ich dran. Jetzt schaffe ich es. Oh. Ja, das passiert. Ja, das ist das Problem. Oh. Warte mal. Mach du. Jawoll. So. Ach, das ist ein Würfel. Da. Oh, ist ein Würfel. Ja. Da war einer. Ja. Ja, das ist ja von hier aus zum Glück erreichbar. Meiner. Das kann nicht wahr sein. So. Kannst du jetzt mal dein Portal da oben? Ja. So und, äh, so. Nein. Scheiße. Nein. Warte, das ändere ich mal schnell. Moment, das kriegen wir hin. So. Ja. So, äh, jetzt, warte, kommt das hier hin. Genau. Und du musst dann deins wegsetzen, ne? Genau. Darf ich bitten? Ah, ey, es war die falsche Suppe hier unten. Ich hab schon wieder... Dort ist die falsche Suppe und hier ist auch die falsche. Was, da ist auch die falsche? Hier unten muss blau sein. Oh, scheiße. Warte, das ist jetzt schwer. So. Ähm, so und so. So, okay. Da ist noch ein Rest blauer. Ich hoffe, dass es hält. So, warte. Das kommt jetzt. Nein, Fehler! Nein. Moment. Das ist, das ist, das ist gar nicht so leicht, gerade die Portale zu koordinieren. So. So. Das ist, glaube ich, zu hoch. So. Nein. So. Probier's. Oder? Warte. Mach weg! Ach, scheiße, hab ich vergessen. Moment, mach mal. Alter! Ich hab's. Ich hab das falsch und weggesetzt. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, oh. So, jetzt auch noch mal. Los jetzt. Ach so, okay. So. Ist richtig, ne? Ja, genau. Ja, ja. Dunkelblau. Weg! Ich versuch's. Oh, oh. Das ist doch nicht... Das war jetzt nicht mein. Nee, das war jetzt eigene Dummheit. Was machst du dann? Ja, das hat nicht funktioniert, weil hier unten noch Rest Blausuppe ist. Da bin ich... So. Scheiße. Doch, alles gut, du kommst ja noch hin. Hast du den Würfel oben? Er ist wieder runtergefallen. Nein. Schade. Nochmal. Warte mal, ich kann mal ganz kurz versuchen, die Blausuppe da wegzukriegen. Ja. Ja, jetzt noch nicht. Warte, wie hab ich... Ach ja, hier so. Alter, wie ich gerade meine Brutale nicht erst noch eine halbe, gar nicht so unglaublich. So. Gut. So. So. Kann ich wieder würfeln? Mit dem Orangenzeug genau. Ja. So, weg. Ja. Ich komm nicht voran. Kein mal noch. Oh, das gibt's doch nicht. Ey, das ist doch nicht wahr. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Äh. Du bist das verdreifend. Ich bin grad nicht ready. Ach, das... Das hättest du sogar fast geschafft, trotz meines Portal-Fails. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Alles ist machbar. Das ist doch... Das reicht nicht. Hey, wo ist denn der Würfel jetzt? Ich hab's doch gerade schon gesüllt. Warte mal. Du hast gerade den Würfel zerstört. Worum? Ist da reingefallen? Ich hab den Wasser geschmissen, ja. So, das berechtigt mich jetzt nochmal zu probieren. Passt bloß ein Würfel. Na, den muss ich mir erst mal holen. Ja. Ah, fuck. Ach, kann hier nicht mit meinem Bock, danke. Was heißt, wir brauchen hier mehr blaue Suppe. Sonst kommt das nicht mehr hin. Das ist das Problem. Ja, das ist... Ja, das ist... Dann mach's trotzdem. Hm? Nee, ne? Nee, ja. Es ist... Der Knopf lässt sich nicht drücken. Der Knopf muss sich drücken lassen. Nee. Der ist drin. Der lässt sich nicht nochmal drücken. Das ist ja jetzt ein Witz. Nee, eigentlich, da muss man sterben. Aber wenn der Würfel zerstört ist, müssen wir doch noch einen neuen Kriegsspiel. Lieber Level Designer, da ist ja was unterlaufen. Ich glaube, das ist fast da... Ohne liegt der neue Würfel. Da liegt schon drin. Oh, das ist frei. Ja. Ich glaube, da ist doch falsche Knopf gesetzt worden. Das war ein... Ist ein Einmalknopf gewesen. Ja, ist ein Einmalknopf. Toll. Das ist natürlich Quatsch. Und wer war schuld? Der DCM. Ja, ich habe nicht gesehen, dass er wieder zurückgestammt ist, diese Würfel. Gibt's noch nicht. Oh, na. Lass nur überall die entsprechende Suppe verteilen. Hast du gerade mein Portal weggesetzt? Sack. Nicht die rote Suppe. Ach so, dort müsst ihr rote hin, doch. Da sitzt immer die blaue. Nein! Oh, das ist doch der Springer. Okay, okay. Okay. Oh, du bist schon wieder auf mich draufgesprungen, ne? Oh, es ist... Ja. Ah. Das ist gerade schon wieder mein Portal. Also, ob das einen Unterschied macht. Ja. Hm. Schade. Ne, du musst es ein bisschen einwirken lassen noch. Ne, du darfst noch nicht bei den ersten Sprungen gleich. Ja, genau. Ich sehe es. Ups. Ups. Watt. Also, da komme ich hin. Oh, ich bin fast vorbeigesprungen. So, wo muss der mal wieder sind? Wieder rüber, wieder rüber starten. Ja, das schaffe ich von hier nicht. Warte. Ja, das ist gut hier. Jawoll. So. So wie dazu. Stimmt, das ist das. Ah. Na, das ist jetzt. Ja. Da hinten sammelt sich gerade schön das Liquid wieder. Das ist das gute Liquid. Ach, warte mal, ich habe eine Idee. Ich weiß wie, ich weiß wie. Nee. Nee. Einfach. Was auf. Like this. Hä? Wo ist denn ein anderes Portal? Ah ja, ich erinnere mich. Und jetzt ist Portal weg. Oh. 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 Ah, nee, doch. Nee, ist. Hä? Oh. Ich habe meine Doh, das war's halt unterschrieben. Das war nicht so groß. Nicht rein, nicht reinkommen. Nicht reinkommen. Weil hinten ist kein Ausgang. Hier ist kein Ausgang. Ach, du bist gestorben oder wie? Nee, ich schwebe. Guck mal bei meinem Anblick. Machen wir Tab. Ah ja. Siehst du das Problem? Ja. Ja. Tschüss. Hättest du auch einfach dein Portal sitzen können, ja. Stimmt. Nee, ich wäre ja eh weg gewesen. Ja, richtig, so oder so. Hä? Äh, das bringt gar nichts dahinten. Das bringt kein Zugewinn offenbar. Hä? Wir müssen aber doch da hinkommen. Äh, ja, der Ausgang ist doch schon bereit. Ja, ja. Aber da oben ist noch auch irgendwas. Und das ist auch... Das hätte auch reichen können. Ich habe es geschafft. Du musst Schwung nehmen auf dem Orangen. Habe ich. Achso. Okay. Oh, ja. Das hat endlich besser funktioniert, ja. Bist du sicher, dass das der Sinn der Sache war? Ich denke schon. Das ist nur unter Verwirrung, denke ich. Der Rest. Na gut. Vielleicht geht's hier weiter. Äh, kommst du? Oh, war schön. Das war mit Sicherheit nichts in der Sache. Nee. Gib trotzdem einen Daumen. Okay. Per Palme. Warum heißt das denn Per Palme? Gut. Oder willst du noch einen hinterherknallen? Also, ich habe mir gerade das Bild dazu angeguckt. Da passiert deutlich mehr eigentlich. Da haben wir einen Short gerade gefunden. Ja. Gut. Dann suche ich uns jetzt noch einen. Suche aber eine gute. Die hat mit Persönlichkeit. Fahr doch nicht immer den Spielserver herunter. Der Spielserver. Nee, nee, ist schon okay. Nee, alles gut. Okay. Dann nehme ich doch gerne an. Dann bin ich jetzt auch gespannt, was wir jetzt finden. Das ist nicht der Ende. Coop. Und ein Minecraft-ähnliches Gebilde. Goodbye, cool World. Das ist nicht der Ende. Ach. Geht ja schon gut los. Da hinten ist ein Würfel. Ach. Belastend. Ach. Nee, hä? Ach, Portale kann man schießen hier durch. Was? Lol. Willst du dich nicht hier hochschießen lassen? Nee. Okay, ich versuche das... Ich versuche das jetzt zu treffen. Oh, ich habe ihn gesehen. So, ich baue wieder Schwung auf. Warte. Stimmt, feel free. Du betriffst besser. Nochmal. Ich war nicht ready. So, jetzt. Wo bin ich? Das geht doch nicht anders. Das geht doch nicht anders. Nee, das geht nicht anders. Das geht nicht, oder? Das muss gehen. Ach, hä? Warte mal, was klappt denn da? Ach, da geht oben. Das klappt bloß in die ganze Zeit in die falsche Richtung. Da oben geht der Eingang dann zu. Okay. Los, tu es nochmal. Genau. So ein Portal hier oben kann nie schaden. Wow! Oh, scheiße. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich habe es zu spät gesehen. Das glaube ich dir bestimmt. Weil ich noch weit von entfernt bin. Ähm... Hä? Diese Knopf da oben ist aus. Sehr gut. Ähm... Das heißt, es hat diese Scheißschulden aktiviert. Überall. Aber nochmal. wenn portal hier in der mitte nähen ich kann gar nicht ne was bringt denn das das irgendwas besonderes von den von diesen dinger da oben und diesen irgendwas ok sobald der werfe hier ist ja das nicht immer durch jetzt machen wieder weg drauf ja ok ach warte mal dann können wir jetzt folgendes machen ja genau man kann sich den würfel in der mitte holen ich konnte es ist es klingt anders man hat halt im schwung gehabt plötzlich wie wird man lassen also es geht überhaupt nicht wie wir denn da nicht mehr so man kann sich so schlecht orientieren oder mal das ist die decke ist nicht die die andere setzen es geht nicht anders ja nicht wirklich das siehst du toll super so jetzt müssen wir beide sterben ja das sind diese karte er schon wieder neben es muss man nicht machen doch muss man die städte also müssen wir mess mal na gott so und jetzt ach nee jetzt muss ich hier wieder durch oder was ja warte mal der mache ich mit meinem portal da habe ich es viel besser das ist gefühlt darüber machst du weit wie möglich dahin dann versuchst du noch die zu springen warte mal ich habe gerade ein bissel danke nein 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 du springst jetzt mit würfel ich wollte nur was gucken und dann war es das warte mal wow ich wäre rüber gekommen ich hätte dich geschlagen ich hätte mich jetzt beider so rum gedreht mit dem werfen schön in das ding rein ok hm toll hm was ist da da von 1 bis 10 wie sinnvoll war das jetzt warum ist denn da um eine plattform weil ich glaube ich hätte mich da rein stellen müssen warum weil ich dann da auf die plattform hätte springen können ja nur ach so ich kann mich hier leider nicht drauf stellen ja nur kannst du mir ein portal hier rein setzen und da oben hin ja nice was ändert es bei dir ändert es bei dir überhaupt was ne gar nicht hä weil hier drüben ist halt man muss ja an diesen knopf da oben kommen auch mhm an diesen an diesen da so hä aber wie soll man denn da hä irgendwie müssten wir es schaffen dass du hier hochkommst dass ich da hochkomme ich weiß auch wie ich kann mich ich kann da hochkommen jetzt da müsste ich mich bloß kurz dann mach das mal ja ach so ne ja doch doch es geht dann müsste ich mich bloß töten kurz ja 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 stimmt so guten tag nach hinten rein dann bist du da so einmal hoch bitte einmal durch mein portal hat 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 du brauchst nicht hochkommen ich kann dir sagen was die 2 oder mal so ich habe jetzt das geheiligte portal ich darf ich darf jetzt nicht das gelbe portal setzen ich muss wieder zurück jetzt in den mittelgang da komme ich davon hier aus so kann so nicht der möglichkeit nicht sterben naja so näher da gehe ich jetzt durch da gehst du ja das nicht ach du hättest noch mit hochgemust ja gut dann komme ich noch mal hoch ja natürlich noch mal genau doch du jetzt aber doch ja blöd so 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 vielen dank äh wie drücke er den knopf ach so wie soll ich da hochkommen naja natürlich neben das portal setzt ich du lieb ja hier ist ein portal hm genau genau äh das hat nicht getroffen das hat nicht getroffen lol so ach das bringt mir nichts ne das bringt ja hier ist noch eine weiße fläche hier oben das ist belastend wieso geht das nicht das ist noch eine weiße portal fläche ach so hey das bringt auch nicht hä 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 nehmen wir mal du musst doch hoch ne da mache ich jetzt acht pass auf blöd warte warte ich bin blöd also das roter portal ist das so da gehst du jetzt hoch einfach mit einem mit deinen portalen machst du dich jetzt einfach hoch auf den auf diese fläche dort so genau so jetzt gehst du hoch jetzt gehe ich runter von den dingern jetzt musst du mir bloß noch einen zugang verschaffen zum mittelpunkt wieder und führte mein portal gerade deine portale kannst du freisetzen du musst es wird mein blaues gerade und führten das gerade wieder in den raum nach oben ja ich muss wieder in den mittelraum kommen das sofort auch gemacht runter kurz nein du wirst ja oben bleiben du musst oben bleiben so ich muss ja mein portal setzen du musst du musst dich erst mal hoch du musst oben bleiben du kannst ja jetzt auch auf die plattform noch ich kann dir ausgeklappt lassen oder du müsstest das portal übernehmen somit näher aus quatsch da kannst du nicht dass das geht durch schießen dort ein portal hin machen ja das schon aber dann verlierst du ja eins wir gehen noch mal gehen noch mal gehen noch mal weiter du hast das portal wohin musst du jetzt gehen ich muss in die mitte ich muss doch die zwei würfel hingelegt sind dorthin muss ich was hatte ich gerade daran gehinderte hinzugehen wo das problem gerade ja das ging weil ich mir so macht das gleiche noch mal machen wir das gleiche normal ich konnte nicht das gleiche machen weil du vor uns unten warst als ich als dann weil ich dir die portale raus gesetzt haben na ja warte mal nee es bringt nichts nee es bringt nicht obwohl Nein, das war ein Glückwunsch. Fuck. So. Das bringt ja auch nichts hier an. Hä, hast du gerade... Wo ist jetzt das noch? Ne, das bringt auch nichts. Setzen wir mal ein Portal raus. Das ist ein Portal raus. Toll. Du hast jetzt keine Chance hochzukommen, ne? Ne. Hä? Ja, ich will nämlich gerade sagen, kannst du das von hier aus setzen? Das, wo du sitzen wolltest? Oh, oh. Ich hab's gesehen. Ne, kann ich nicht. Das ist quasi dort unten drinnen. Da unten unter der Decke ist das. Genau, okay. Ähm, okay. Okay. Das geht. Pass auf. Es ist einfach. Oh. Oh. Nein. Es ist alles verloren. Okay. Du tötest dich. Ich hab das Portal da oben. Nein. Du tötest dich nicht. Scheiße. Du hast das geheiligte Portal. Scheiße. Das bringt mir aber nichts. Ich komm ja nirgendwo wieder hin. Du hast verfehlt. Wir müssen's nochmal machen. Oh, verdammt. Warum hast du schon wieder verfehlt? Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Aber es macht Bock. Es ist eine sehr schöne Map. Ja, dankeschön. Nochmal. Falsch rum. Moment. Oh, scheiße. Okay. Ich wusste, das hätte man selber ganz kurz in meine Portale falsch umgesetzt gerade. So, natürlich Premium. So, jetzt raus. Wie unser Kanal sowieso. Ja. Hier ist kein... Der Würfel steht da draußen. Ähm. Da müssen wir den App neu laden, ne? Nee. Da muss es doch jetzt noch was raus geben. Nee. Komm. Nee, warte mal. Nee, warte. Nee, warte. Au. Ach, scheiße. Warte. 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 Ich weiß wie. Warte. Ich hole den Würfel mal. Müssen wir die überhaupt holen? Ja, doch. Müssen wir mal. Ja, dann hier. Warte. Achso, nee. Das bringt uns ja gar nichts. Ach. Was? Na du. Warte. Äh. 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 Der Würfel ist ja nicht zerstört. Deswegen ist er danach. Wir müssen wirklich die Matt neu laden. Ja. Oh. Ah. Äh. Warum hast du denn diese einfachen Sprungen verkackt? Äh. Das ist nicht das Ende. Äh. Halt mal daneben. Äh. Äh. Das kann aber nicht wahr sein. Das war wirklich high quality. Boah ey, das ist doch scheiße. Na ja, wir wissen ja was wir zu tun haben, ne? Ähm. Mh. Pff. Ah, jetzt kommt's. Ah. Ich hab's gesehen, wie du verfehlt hast. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Ah. So. So. So please. Was müsste ich jetzt nochmal machen? Würfel runter. Würfel runter. Würfel runter. Würfel runter. Würfel drauf. Würfel runter. So. Und jetzt? Warte. Jetzt muss ich den erstmal korrekt platzieren. Ne. Das ist der falsche. So. Jetzt. Jetzt warst du dran mit. Äh. Mit springen. Warte. So. Man erinnert sich. Scheiße. Scheiße. Was war das? Äh. 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 Ach, das war das. Fuck. Ich hab das voll vergessen. es ist doch scheiße das war mein fehler jetzt aber ja das hätte nicht geklappt das müsste man noch mal optimieren das ist doch scheiße weil es meine freunde nicht sterben zu sehen scheiße wie kann ich denn das so gut dann geht trotzdem muss ich jetzt hier rein war jetzt mit würfel ich habe keine schwitzige hände warum glaube ich so wie haben wir das jetzt gemacht ich kann mich nicht erinnern ich glaube ich müsste sterben so jetzt kann ich kann ich darüber lassen viele teile ach so ja ja hä ach so klar warte so genau so ich bin jetzt wieder hier du kannst jetzt herkommen da muss ich sterben ja ja so das ist das ich möchte und ich kann mich das nicht mehr machen aber ich bin jetzt ich bin jetzt die rechte maustaste ist für mich jetzt tot Bekannt runter Ich muss jetzt Darunter wo du bist genau also dorthin da kannst du das ding nämlich setzen Und du setzt jetzt bitte dein rotes genau So jetzt darf ich nicht verkacken ansonsten habe ich die große fresse gehabt So Okay jetzt Ja easy ein dein portal da und da Nee, du probierst es jetzt Weil wenn ich sterbe verlieren das portal Nee, wenn ich da durchlaufe sind meine portale weg Ja das ist ja egal Da fahre ich ins wasser dann bist du ja drüben Ah nee das ist ja auf der hälfte Ja Wir müssen mit schwung irgendwo hergefallen kommen Wie zur helle soll das denn gehen? Nee das ist mein... Kannst du da laufen? Das ist mein tot Try it Ja Ist dein tot Scheiße wie kommst du jetzt eigentlich her? Ach so doch, ja relativ einfach Ah ja, klar So Ja toll, das bringt mir trotzdem... Hä? Ich kann ja nirgendwo drauf springen, weil ich müsste ja erstmal mein portal gesetzt haben Habem Na eben, das ist ja das Ding Wir können ja auch nicht drauf springen, weil es ist ja nichts zum drauf springen Ich könnte dir aller höchstens den hier geben Aber das bringt halt überhaupt nichts Nee Hä? Warum ist das Ding angeschrägt? Das ist doch jetzt scheiße Okay Ändert hier nichts Äh, ich guck bloß gerade was geändert hat Das waren nur die Dinger da oben, dass einmal das portal und einmal die Fläche da aktiviert wurde Ach, nee, hä, nee, das bringt gar nicht Ja, genau. Warte mal, warte mal. Nein, der Würfel platzt. Ach, warte mal. Warte mal, wir brauchen diese Schräge, um dort in dem Eingangsraum, wo wir reingekommen sind, oben runter zu springen, um dann Schwung zu haben und dann raus zu fliegen. Aber wie kriegt man das sinnvoll hin? Den sieht man von hier auch, den kann ich dir setzen. Wie? Was? Aber da kommt nur einer von uns rüber. Ich meine, ich kann das Portal dahin setzen, das meine ich. Gut, höher komme ich nicht. Aber... Ich kann... Du kannst dir da Schwung holen? Ja. Und ich kann dich da wegsetzen. Ich kann dich da durchschießen. Aber wie komme ich dann da hin? Nee, du kannst mich nicht da durchschießen. Klar kann ich... Nee, du kannst auch schon... Ich opfer halt die Fläche. Na klar. Aber die brauchen wir eh nicht mehr. Aber du kommst da nicht an diese Schräge ran? Ach doch, klar. Ach doch, die Schräge habe ich nicht ran. Ach, da ist ja auch ein Knopf, ihr Idioten. Das ist ja auch genau das, was wir machen müssen. Und was? Da ist ein Knopf? Da ist ein Knopf. Du beschleunigst dich und ich hole dich dann ganz entspannt rüber. Äh, warte mal, dann muss ich erst mal da rüber. Ich muss erst mal sterben, kurz. Auf Wiedersehen, Fläche. So, dann beschleunige ich mich jetzt mal. Und dann kannst du... Du hast oben gesetzt. Justen? Ich sehe ja auch nur das Ohre. Bitte lass uns jetzt nicht die Fläche umsonst geopfert haben. Kannst du da anders Sprung holen? Ähm... Gerade nicht ersichtlich. Nee... Das bringt gar nicht. Das untere komme ich nicht ran. Da habe ich natürlich auch keine Chance. Warte mal, ich gucke noch mal kurz darüber, ob ich was da machen kann. Warte mal... Da war doch dieses Ding. Auf der anderen Seite ist noch ein Knopf. Da oben. Auf der anderen Seite von dem Würfelteil. Und nicht da. Da komme ich aber nicht hin. Ich weiß aber wie... Ich weiß aber wie... Na dann. Die Fläche war gerade mein Gedanke. Warte mal, ich töte mich. Schau kurz. Funktioniert mein Plan. Wenn ich das mache, holst du uns raus. Wenn ich da... Können wir den setzen? Das müsste gehen. Komm mal hoch. Ich hole mir mal die Fläche neu. Was? Wohin? Ach, da hoch. Red mal jetzt, weil ich drüber habe. Welches Portal steht dort oben? Dein Applaus. Äh, ne. Ich habe das gekillt. Da steht gar nichts mehr oben. Das ist belastend. So. Guten Tag. So, jetzt kannst du... Lässt mich hoch. Ach komm. Gibt's aber auch nicht. So, lass uns mal raus. Äh, wat? Wat, und wo müssen wir das andere denn setzen? Hier hin. Dich runter. Jetzt will ich... Ähm... Lassen wir jetzt wieder dorthin? Ne. Warte, lass uns jetzt... Lass uns jetzt nichts voreilig... Tun. Dahin kommen wir ja jetzt ganz easy Doch, das machen wir genauso Du setzt jetzt da dein Portal Dein Genau Jetzt gehen wir hier entspannt durch So Du setzt jetzt deine Portale Dort und dort Nachdem du mich da hingelassen hast Irgendeins war kurz dahin Also bitte nicht das rote Sondern das andere Perfekt So Jetzt baust du mir die Fläche zu beschleunigen Dieser stellt sich auf den Knopf Und wenn ich dann beschleunigt bin Schmeißt du mich rüber Ah Da reden wir mal die Strömer Das machen wir jetzt einfach nochmal Ich kann nicht weh Setzt doch einfach das gelbe Gut okay Jetzt aber im Ernst Das liegt nur daran Dass du um vier ins Bett bist Also anders kann ich das auch nicht erklären Das gibt's nicht Das hat nicht geklappt Ja warte Gut noch mal beschleunigen Du hast das Portal da falsch rum gesetzt Tatsächlich Also irgendeins davon war falsch rum gerade Warte mal Irgendwas ist hier komisch Nochmal Jetzt aber Jetzt drücke ich wieder weh Ich springe ja falsch rum durch Okay Damit kann ich noch bearbeiten Okay Jetzt nochmal beschleunigen Ich gehe von der anderen Seite rein Genau 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 Was hat's jetzt gemacht? Keine Ahnung Das war eigentlich der ursprüngliche Trick gewesen Tatsächlich Denn jetzt könnte ich den hier setzen Jetzt können wir da hinten den Knopf drücken Den haben wir doch getrunken Ja den haben wir schon gemacht Den haben wir uns uns cheatet sozusagen Das wäre echt die Variante gewesen Da hoch zu kommen Tja nur Warte mal Jetzt gucke ich mal Ob sich da unten was verändert hat Nee unten hat sich noch nichts verändert Hier geht auch nichts hin Ich glaube hier wird sich auch nie was verändern Oh Einer muss rüber Ja easy Komm mal herunter Ich hab's doch jetzt Oder Du kannst jetzt ganz entspannt rüberlaufen Gerade So wie ich das Portal gesetzt hab Ist ja egal Dass du deine verlierst Meine beiden sind's ja jetzt Da kannst du jetzt ganz entspannt rüberlaufen Eigentlich Genau Das reicht nicht, wa? Macht das was, wenn ich sterbe? Ich mach das was, wenn ich sterbe? Eigentlich nicht, nee Nee, das reicht natürlich nicht Das kann nicht wahr sein Warte, ich versuch's anders zu setzen So, tiefer krieg ich's nicht Ich hörner Schuss gerade Äh, ach so nee, das bringt ja nix Ich kann das einfach mal wegsetzen, während du ganz oben bist. Da musst du dich nicht so runterschleifen. Nee, warte mal, warte mal. Genau, jetzt nehme ich es brutal weg und du drückst schon nach vorne. Ja, reicht nicht. Oh, das kann nicht wahr sein. Das geht aber. Nee, es gibt keine andere Möglichkeit. Nee, gibt es nicht. Ich habe auch schon geguckt. Dann knie dich hin, das war schon richtig. Dann kann sie nämlich noch weiter hochgehen. Wenn du dann ganz oben an der Spitze bist. Ja! Perfekt. Boah. Also dafür gibt es auf jeden Fall einen High Five. Ich wollte gerade sagen, warum geht die Tür nicht auf? Boah. Das war eine sehr schöne Map. Also die war die beste von denen, die wir jetzt gespielt haben. Ja, mit Abstand. Absolut. Boah, mit Überlänge, aber trotzdem. Ja, die war schön. Also die war absolut, das war, das war, das war, das war uns, das war gut. Das war das, was uns herausgefordert hat, nachdem wir jetzt fünf Jahre kein Portal gespielt haben. Ja, genau richtig. Okay, mehr passiert gerade nicht. Ja, aber durch, irgendwie, eigentlich... Ja, aber durch, irgendwie, eigentlich... Warum denn? Das gibt einen Darm runter. Ich hätte der Map gerne noch hochgegeben, aber der Team lässt uns nicht. Nee. Da wird wohl die Animation nicht ausgelöst. Ja, da triggert gerade irgendwas nicht. Nee. Na gut. Tja. Dann wird es wohl unser letztes gewesen sein, hier in der, in der Map und... Vielen Dank fürs Zuschauen und... Ja, das kann man bewerten, kann es im Menü tatsächlich einfach machen. Ah. Klick. Ist hier mitgeschehen. Mike Wiebke. Gute Arbeit, kann man mal machen. Ja, GGWP, das Ding war schön. Und, äh, ja, das war's schon mit dieser etwas längeren Folge. Und, ja, dann bis zum nächsten Mal mit auch irgendwas anderem. Gut. Ciao.